I'm back. Scissors. Rock'n'Stones. Wieder da, wieder da. Danke sehr. Oh, der Schütze. Du bist der Damage-Pew-Pew-Freier. Ich weiß. Mit den Seilrutschen. Irgendwie habe ich mir diese Rolle ausgesucht. In jedem Spiel habe ich das gespielt. Ja. Irgendwie schon, oder? Soll ich dann den Bora spielen, Schadzo? Achso, mir egal. Nee, du konntest auch Späher machen. Wie du willst. Das ist jetzt das Richtige? Rocky Mountain. Ah ja, das ist das Richtige. Oh, ich habe hier noch gar nichts erlernt. Level 1, schön. Nee, wir können auch tauschen. Da wäre ich sicherer, oder? Guck mal, ich muss mir was Sitziges zeigen. Okay, warte. Wo bist du? Äh... Hier. Bist du der Weihnachtsbaum? Nee. Ich bin der Gold-Junge. Was bist denn du? Geh direkt vor dir. Oh. Wir haben zwei Schneemänner. Oh Gott. Guck mal, ich habe was. Daneben. Verdammt. Wuhu. Wie kann man nochmal die Seilrutschen machen? Hm? Äh, hier drin nicht. Äh, mit vier. Nein, aber wie? Mit vier, okay. Genau, also du hast vier Waffen, ne? Eins, zwei sind deine Damage-Waffen, drei müsste deine Werbe zu sein und vier ist das Schiel. Weiß ich. Weiß ich. Oder andersrum. Die Mission ist schon ausgesucht. So. Ist das schon das Bier des Tages? Ja. 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 Erstmal so füllen. Ach. Geil. Getroffen. Bin auch im Bier. Ja. Das Ding ist, du bist ja ein Schneemann, ne? Musst du da mit deiner Nase trinken oder wo kommt das dann rein? Ja, das sind Sachen... Alter! Was denn? Ich bin ja richtig abgegangen grad. Guck mal, ich tanze in Gangnam Style. Geil. Ich auch. Oh nein, ich verdicke mich. Nur die andere Hilfe. Oh nein, ich verdicke mich. Ey, Tim weiß auch nicht so recht. Aber ich mach auch den Halbjahrn am Style. Ich, 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 ich drehe grad auch in echtem Kreis. Ich drehe grad auch in echtem Kreis. Im echten Leben? Ja. Ach herje. Warte, mach ich das hier. Aber das, aber das verdickelt sich mit meinem Headset, wenn ich mich drehe. Oh, jetzt bin ich die Ballerina. Guck, 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 guck. Tim ist von der Headbanger. Guck mal, ich mach voll den... Warte, ich will ein anderes Lied. Warte. Komm. Oh, das kann ich nicht. Oh, guck mal, was ich jetzt mache. Dieses Ding, was du immer machst, Feier. Das hat einen Namen? Ja, das heißt Floss. Ah. Okay. Missionen? Now that is real music. Missionen? Missionen zu dem, wenn er hier... Ja, irgendwer muss jetzt eine starten. Einer muss das starten und das ist der Tim. Ja, ja. Hast du denn? Hast du eine Mission? Ähm. Moin Master. Oh. Hallo Mankl. Na du, alles haben wir dir. Wir hätten hier eine schwierige Mission. Lithophagenausbruch. Ich weiß nicht, was das macht. Ja, ja. First time, ne? Here we go. Here we go. Hurry up. I get younger, you know? Ich muss noch warten, bis die Blit drin ist. Okay. Danke. Bitteschön. Hab sie jetzt mitten ins Gesicht zurück geschossen. Ja, das ist schön. Dann bist du nicht getroffen. Ich hab richtig hart getroffen. Steck die dir noch im Hinterkopf. Nee. Nee, nee. Bestimmt nicht. Doch, ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Kannst du denn eurem echten Leben zielen? Oh, im echten Leben kann ich ziemlicher zielen. Das würde ich sehen. Das siehst du aber nur einmal. Hast du auch so'n schönen Bierkrug? Ja, hab ich tatsächlich. Scheiße. Ja, wieder aber okay. Oh ja, wieder bin ich auch gerade. Ja. Oh shit. 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 Leute, da ist so'n Dings da. Ja, was macht ihr? Leute, geh raus. Raus. Ihr müsst doch raus. Ihr kriegt Schaden da drin. Ah. Ich krieg Schaden da draußen wahrscheinlich. Ja. Nee, ihr kriegt auch Schaden an dem Dings da, wo wir selbst. Das ist einfach kaputt hauen. Mafeu sagt schon, say no more und es ist Brei. Hihihi. Nein. Mir wird gesagt, dass ich das machen soll. Das ist deine Aufgabe. Ganz genau. Ich mein, das ist... Du kannst mit Steuerung pingen. Ich hab mal ne bescheuerte Frage. Ähm. Achso, guck mal. Erstmal hier, Tim. Das ist dieses Bier-Ding. Guck mal, was ich grade markier. Kannst du da mal hingehen? Hast du Bier-Ding? Ja. Komm einfach mal her. Das ist einer der Materialien hier. Probier. Probier. Das da. Ah. Und das findest du überall. Damit kann ich Bier brauen? Ja, das sind die Zutaten. Also, da du es die Lizenz brauchst. Warte, wie kann ich nochmal den steuern? Äh. Auf C. Was denn? Oh, süß, süß. Warum... Okay. Das Vieh hier, das ist das Vieh, wo ich alles immer einladen kann. Auf C drücken. C. Genau. Molli. Und wie kann ich Lampen werfen? Mit F, ne? Mit F, ja. Nicht G drücken. Nicht mit G drücken. G ist Granado. Ja, das ist mit G. Das ist schon unangelegen gewesen. G. Das passiert die G oft damals. Das ist mir doch auch vertreten. Echt? Hä? Ich hab grade in euer Gesicht das geworfen. Ach so. Ja, das passiert nicht nur dir. Äh, hallo? Jetzt mich verarschen, Tim. Ey, wie seid ihr da hingekommen? Da. Kannst du mir ne Plattform schießen? Ich muss erst mal da hochkommen. Tim! Ja, du kannst doch von ganz unten auch schießen. Hi Freya. Hi. Ich mach das schon. Das ist unsere Mission. Äh, wir müssen... Dankeschön. Ähm, ich glaube wir müssen, äh, das ist so ein neues Ding. Das haben wir gestern einmal kurz gemacht. Das ist so ein... So ein... Computer-Dingster-Boomster. Und wir müssen zwei Dingsters kaputt machen. Und dann kommt der Super-Final-Boss. Also du hast wirklich grad ne schwere Mission erwischt. Für'n Start. Hallo, ich bin doch, ich bin doch... Ich bin am Start. Nice. Ups. Guck mal, wo wir lang müssen. Ich glaub... Ja, wo müssen wir lang? Ups. Und wie viel lang? Ach, ich hab's. Hier. Gefunden. Okay. Ja. Müssen wir nicht da runter? Nicht da runter? Äh, laut Matt hier. Äh, laut Matt hier. Die wurde eben nicht vernichtet. Ach je. Das wär's ja nicht so einfach zu durchbrechen. Alter. Alter! Alles explodiert. Ja, das bin ich. Wer hat grad ne Granate geschossen? Nee, nee. Ich nicht. Ich hab nicht gegendrückt. Ich hab wirklich nicht gegendrückt. Ich hab wirklich nicht gegendrückt. Alter, doch nicht, wenn wir vor dir stehen, Tom. Ja, das war nicht geplant. Okay. Das war... Ich find das so witzig, ich weiß, dass mein Charakter gerufen hat. Don't shoot me, Moan! Damit bist du gemeint. Äh, echt? Und deinen Granatenwerfer, ja? Ja, das... Mit Verlust muss man hacken. Hey, wie kann ich hacken? Wie kann ich hacken? Rechtsklick. Rechtsklick. Hab alles vergessen. Ja, ist egal. Mit W, A, S, D kannst du laufen. Ja, du kannst auch laufen. Mit Leertasche kannst du springen. Man kann springen? Hm. In der Tat. Ah, das Ding schreit nicht an! Oh Gott, hier sind ganz viele Drohnen. Was hat das für ein Problem, ey? Was schreit denn hier? Das ist so ein komisches Vieh. Wie ein komisches Vieh. Der ist... Lauf zu dir und schreit die ganze Zeit. Wie so ein... Verrücktes irgendwas. Wie sieht das denn aus? Das ist so ein Roboter, oder? Nein. Ja, das ist so ein Käfer mit ganz vielen Armen. Nein, das ist so ein Käfer mit ganz vielen Armen. Ein Käfer? Ja. Okay. Ach so, will der dich so schnappen? M-m. Ah. Westen. Weiß ich auch nicht. Okay. Oh, hier geht's. Abi. Ich glaube, wir haben Tim verloren. Tim! Quatsch, bin doch da. Wo bist du? Ja, ihr nehmt das Knight noch gar nicht mit. Doch, ich hacke doch gerade. Ja, ich hab noch gar nicht geholfen. Äh, äh. Ja, wir werden von... Autsch. Au. Abgeschossen. Mhm. Du musst das Knight noch einsammeln. Ich werd hier abgeschossen. Aua. Komm hinterher. Zufall, das Knight Rapper. Ah, okay. Gerade hier nochmal am ordentlich looten. Ich bin halb tot. Oh. Aua. Ähm, dieses rote Zucker... Ähm, mit Red Sugar. Statt das rote, ne? Ja. Genau. Wo ist denn Molly? Ah, ihr. Ich kümmere mich um die Bolo Caps, okay? Hallo? Wo ist denn Molly? Hallo? Ah! Ups. Warte. Hektiert. Alter. Ich hab den Laser da abgeschossen. Nice. Ah! Und darum krieg ich jetzt das. Wiese Sniper Viecher. Ja. Ähm. 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 Hinter dir Feuer. Bist du tot oder was? Ähm. Fast. Oh je. Ein bisschen Lebensregeneration hat man tatsächlich. Aber nur bis zum ersten Sechstel oder so. Ähm. Ich hab bei meiner einen Waffe keine Munition mehr. Das ist der Arschkrieger. Ja, das passiert. Also wir können erst ähm Munition holen mit... Also wir müssen Nitra sammeln. Wenn wir 80 Nitra haben, dann können wir das Supply Lulu anfordern. Ja, aber es kann sein, dass wir die 80 haben. Und dann... Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich hab schon ganz viel gesammelt. Du dann auch. Ja. Das können wir schon anfordern, ja. Aber halt Munition bekommst du wirklich nur, indem du äh... Supply Lulus hast, oder? Du nimmst die andere Waffe einfach. Aber aus deiner... Die krasse Waffe hast du keine Munition mehr? Nein, die... Meine... 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 Pistole? Meine... Die Diegel. Deine Minigun? Die Rettetanks oder die Piu Piu Pong? Die Piu Piu, die Diegel. Ja, die ist ja nicht so wichtig. Die ist voll wichtig. Ja. Ich bin viel... Äh, wir brauchen hier ein, ähm... Ein Seil. Mit deiner 4, Freya. Kannst du uns da hochschießen. Nice. Das sind voll die gruseligen Blumen. Hier. Schaut euch die mal an. Ne, nicht kaputt machen, sondern mal so reinlaufen. Iiii, ne. Bäh. Abgefahren, oder? Bäh. Je gelacht. Ich hole mal ganz kurz Molly, weil ich muss, äh, nochmal... Einiges an Zeug abgeben. Ich hab noch ein bisschen Nitra. 5,50. Bipi. 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 Dieses Riesending da. Ja, das... Das müssen wir hacken. Das... Müssen wir hacken. Müssen wir hacken, steht da. Ähm, grad hat der Typ gesagt, irgendwas ist on the way. Also so ein Hacking-Dings muss on the way. Das heißt hier irgendwo steht jetzt etwas. Au! Alter, was war das? Ja, das war scheiße Waffe. Da hab ich erschrocken. Okay. Also hier irgendwo in der Nähe, wenn du Steuerung... Oh Gott. Wenn du Steuerung drückst, ähm... Oh, Feuer! Äh. Ich hab mich schon hingegraben. Ja. Ich bin grad ein bisschen lang zu meinem Leben, bin ich ehrlich. Ja, aber... Könnte ich ja retten. Wo mal noch mehr Nitra? Vielleicht da unten. Was denn? Was denn? Wenn du auf SDG drückst, dann siehst du in der Nähe... Oh, da, äh... Was da so für Sachen sind. Hier ist das, guck mal. Wenn du Steuerung drückst, siehst du das. Ja, hab ich doch schon... Markiert. Vorobrig, Coppa. Okay. Coppa. Danke für die Plattform. Schön. Das haben die jetzt nicht... Das haben die jetzt zurückgefunden, obwohl ich kein Speer bin. Muss ich das jetzt aufheben, oder? Ähm... Ne, du musst... Einmal bis zu dem... Ähm... Hacking-Pod kommen. Das sind nämlich die Datenverbindungen. Das ist WLAN. Ach, ich kann die aufheben. Und die kann ich jetzt, wenn ich die jetzt... Was nehm... Und dann hier platziere... Ah... Genau, das muss hier in dem grünen sein, damit das dann... Verbunden wird und dann muss man immer weiter. Ah... So... WLAN-Repeater. Ja, ja. Zu hackt man. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Tu mal nicht. Doch, doch. Hey, wo kriegst du die Dinger her? Ähm, aus der Kapsel. Also ganz hinten zurückgehen. Oh. Weil es ist ganz wichtig zu sagen, dass man es nicht macht. Ich hab auch so ein Ding. Hm? Guck mal, ich hab ein Weihnachtsgeschenk für euch. Was denn? Hier, hab ich in der Hand. Wo... Wo gibt's mehr von den Antennen? Einfach dem leuchtenden Dingsterwumms da hinterher. Nein. Ups! Ja gut, meine hab ich runtergeworfen. Ups. Ja. Ja. Da hinten geht. Guck mal, hier. Wir brauchen die Plattformen. Warte, hier, fang mal auf Freya, Freya, fang auf. Ups. Warte, ich werf hoch. Fang! Warte, warte. Ja. Freya! Fang! Hier! Oh! Direkt unter dir. Hier. Oh, nein! Da oben hab ich's hingeschossen. Ah, du hast es, du hast es. Hey, Guys! Ich hab dich die ganze Zeit hochgeworfen, ich stand unter dir. Oh. War ja lustig. Aber wieso funktioniert das jetzt nicht? Ja, es muss ne Sichtverbindung haben. Ach so. Ah, ja, weil, weil, weil WLAN-Ziefsverbindung braucht. Ah, das ist ja. Ja, es ist halt infrarot. Wir haben ja. Wenn wir dann hergestellt, aktiviert die Hacking-Drohne. Willst du das mal machen, Freya? Ja! Das ist voll witzig. Ja! Ui! Äh, ups. Könnte man da... Ne, das geht überhaupt nicht, oder? Oder könnte man, oder? Ich schon. Ach guck mal, ich kann sogar sehen, wie gehackt wird. Die ganzen Zahlen, wie die hier fliegen. 7. 7. Ja, guck mal, der da. Der da ist jetzt der Hacker. Schau mal. Schau dir den mal an. Auf deiner Seite. Der ist richtig witzig, ne? Und so stelle ich mir mal Tim vor, wenn er hackt. Und wahrscheinlich müssen wir den jetzt verteidigen. So arbeitet Tim. Ja. Und da muss ich klarstellen, Tim hackt natürlich. So. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Ticker, 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 Ticker. Ja, das muss man gar nicht als Hacker arbeiten. Gott. Man ist dann für Firmen zuständig, Schwachstellen in ihrem System zu finden und die schließen. Ähm. Äh, ich hab... Schließen bedeutet aber nicht der Konkurrenz für... Ohpala. Nein, nein, nein. Äh, du tust die Schwachstellen in deinem eigenen Unternehmen finden und schließen. Achso, ich dachte, die Farid sind in deiner Konkurrenz für viel Geld. Nein, nein. Ähm. 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 Nein, nein. Was denn? Ähm. Das wäre moralisch verwerflich. Ähm. Achso. Ihr macht das da oben, oder? Hä, wo bist du? Guck mal kurz auf den Boden. Hi. Da, wo ich auch bin? Ja. Ach du Scheiße. Ticking Johnny March schneller. Auch ein Steve. Alter. Oh, Polo Cap. Es waren Pilze pflücken, ne? Der Schildgenerator ist ziemlich stark. Jeder, der da reingeht, der kriegt wie ein voll aufgeladenes Schild. War das so schön? Ja. Ja. Machen wir einen Neustart. Hallo? Oh, der Haas ist falsch. Rocket Stones! Rocket Stones! Rocket Stones. Eigentlich ganz chillig hier unten. Irgendwie schon. Ich finde diese Blumen hier voll witzig. Hast du gesehen? Die hier? Darf ich? Darf ich? Äh, äh, wo wirst du? Äh, wir müssen so langsam Muniz, äh, Munition anfordern. Hinter dir? Fünf. Versorgungskap. Darf ich, oder? Ja. Na, mach das mal. Äh, ja. Paul, ich bin aber hier unten, ne? Das ist okay. Kannst du da nicht so ein Seil nach oben schießen, dass wir da hoch linksen können? Kann ich auch. Zu weit. Zu steil. Zu steil. Zu steil. Oder die machen alle runter. Wenn zu steil ist. Vorsicht! Vorsicht da! Oh, herrje. Wow. Alter. Ich hab Wort nicht gesagt. Ich kann dafür nichts. Ja. Passiert was, wenn ich da stehen bleib? Ich kann dafür nichts. Probier's mal aus. Probier's mal aus. Na, warte mal. Es ist gestern schon was passiert. Oh, Achtung. Es geht los. Was ist das denn? Ich bin hier schon schon wegen dir gestorben. Wegen mir? Ja, du bist fast gestorben, oder? Ich bin gestern... Nein, ich bin gestern wegen dir gestorben. Ach, du bist gestorben? Du hast gesagt, Team, warum... Wir haben alle zugeguckt. Ja. Wir haben gesagt, Team, warum mal das Geschütze auf? Oder lad's mal nach und dann... Ja, aber du hättest ja gar nicht gedulden können. Nein, du hast schon drauf gebucht, dass du das, 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 das... Ich hab so 14 Schuss mit meiner coolen Waffe. Ey, das kannst du hochleveln. Also du musst halt... Ja, also du kannst jede Waffe verbessern. Oh Mann, die Sheriff ist doch die coolste Waffe der Welt. Warte, mit M kann... Mit M kann ich die Karte angucken, ne? Äh, mit Tab, ja. M und Tab, ja. Ach, mit M auch? Ja. Ja, ich... M ist meistens doch Karte, oder? Ja, ja. Das stimmt. Innen weiß ich wieder, wie das Spiel funktioniert. Beseitigt denn alle. Da unten. Ja. Ich flitze gerade rum und sammle Bodo Caps ein. Wir brauchen noch sechs, ne? Ich weiß nicht, was Bodo Caps sind. Pizza. Das ist die Secondary Mission. Aber ich weiß ja nicht, was das ist. Ähm, rechts oben. Siehst du diesen... Oh ja, sehe ich schon, aber ich weiß nicht, wie die aussehen. Die sehen ungefähr genauso aus, wie das kleine Bildchen. So in... Pfff... Fußballgröße. Au. Plattform! Tim! 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 Ich kann ihn nicht hören. Sorry. Sorry, ich gehör mich nicht. Da oben, da oben ist was. Da ist meine Plattform, also da kannst du drauf landen. Danke. Auf der Plattform. Genau der. Danke. Auf der. Hier ist noch, ne? Du hast das vergessen. Tim! 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 Hä, wo? Der ist doch schon da. Wir müssen nach da. Da wo ich bin? Ähm, da wo ich bin nicht. Also ich sammle nur Nitro ein, dass wir mehr so Pleilolos haben. Da oben könnte was sein. Ähm, wir müssen jetzt dieses andere Hacking-Dings da oben finden. Das, äh... Warte, mit Steuerung sieht man wahrscheinlich aus. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, oder? Warte, ich guck mal eben. Ähm, da wir waren. Ähm, da wir waren. Mir ist so anstrengend. Tim. Irgendwo unten. Unten links. Das ist nicht mein Weg. Umgehen. Okay. Oh. Ich hab früher angefangen und später aufgehört. Guck mal, hier ist doch noch ein Kappel da. Ah. Ähm. Oh, der sieht ja hübsch aus. Was denn? Sag mal, darauf kannst du doch fliegen. Mit dem kannst du fliegen, vorher. Ach, im Manta? Ja. Ja. Fried. Ah ja, guck mal! Oh nein! Oh, ich bin auch! So, ich hab den Weg gefunden. Ich hab das Ding sogar lenken. Wie cool. Ähm. Ähm. Hier oben. Wo ist hier oben? Geht's weiter? Ich glaube, ich habe... Oh, ich habe Lex. Hallo, hallo? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Internet ist hier rot. Oh, oh. Guck mal ganz kurz. Wohin müssen wir? Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ähm, hier hin. Okay. Wieder da. Ähm, ich bin... Warte, 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 warte. Du hast gesagt Fynn. Warte, wie kann man... Also ich hab hier Tim gefunden. Nee, warte, das ist... Ähm. Ähm. Ja, wo ist der... Also... Muss ich irgendwo durch? Äh, hier. Also ihr seid quasi gerade wieder... Am Start. Bin doch hier. Äh... Ja, wir sind richtig. Da hoch. Ja, hier durch das Loch. Ja, oder da. Hier. Ja, oder da. Ja, ich geh jetzt euch. Ja, das ist... Ja, hier. Wir müssen... Ja, hier. Wir müssen... Ja, nee. Wir müssen einfach rum. Ihr seid genau wieder... Hier. 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 Komm mal mit. Ja, wenn dich da du... Durchbohren willst. Das ist nicht so weit. Hier ist ganz viel zum Heil. Hä? Wo krass? Hä? Wow. Hier. Hab's schon. Siehst du? Ich weiß nicht mehr, wo du die krass bist. Kannst du nicht werden. Tja, dann musst du mal auf die Map gucken, du. Oder auf... STRG. Oh, das ist schlecht. Hä? Wo ist das Loch? Irgendwo am Boden. Ich musste leider mich ins Verteidigen. Das ist ziemlich knapp gewesen. So. Ja. Okay, jetzt kann ich kommen. Hier unten hab ich gebuddelt. Wo seid ihr denn da? Ja, gucken wir noch. Wissen wir noch nicht so. Wo hast du gebuddelt? Rechts rum. Ah, okay. Hier. Nein, nein, nein. Ja. Hier. Das sind drei Stück von den... Ähm... Vier von den... Ich geh gleich hier außen rum, ey. Wieso? Hier ist das schon richtig. Ich find dich nicht. Wie, du findest mich nicht? Ich drück mal Steuer rum. Ich find da... Ja, ich find da noch mal nicht, was du gewuddelt hast. Das ist ein kleines. Sorry, wir kommen gleich. Wir haben noch unsere Differenzen. Ich hab Stand... Ich hab die Wand stand gefüllt. Oh ja, schon wieder. Ja, ich find das doch... Ja, ich find das doch... Ich hab hier sein. Ähm... Oh, lol! Ja, gut, jetzt bin ich schon beim Feindlichen. Oh, ich rette dich, Freya. Ich komm gleich, Tim. Ja, ja, ja. Danke. Gerne. Ah, da ist dein Kackloch. Okay. So. 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 Hier rauf. So. So. Hier rauf. Guck mal, ich kann die Mission... Die zweite Mission beenden. So. Na, doch nicht. Nur doch an. So. Und hier ist es jetzt. Was denn? Nichts, nichts. Hab mich vertan. Hey, das ist schon richtig hier mit dem Hacking-Pod, ne? Nein, nein, nein. Ich dachte, ich hätte diese anderen Pflanzen gefunden. Hast du doch hier. Du bist grad vorbeigelaufen. Hier, guck mal. Hat zwei andere. Hier. Ja. Schau mal hinter dir. Ich wollte mir Nitra holen, weil ich kein Leben... Kann nicht mit keinen. Hab ich da... Na, guck mal hier. Das ist ne Bodo-Kelb. Hier. Direkt hier. Oh, das ist ein bisschen komper. Da brauchen wir eine neue Plattform. Aber bei mir... Wo? Aber bei mir wird das... Bei mir wird das nicht mehr angenommen. Ja, du musst die mal abgeben. Also du hast in deinem Inventar jetzt das Zeug, aber es zählt immer nur, wenn du es in die Molly packst. Ey. Und du hast jetzt eine eingesammelt, die musst du aber noch in die Molly kippen. Hab ich. Sind 20. Weil ich hatte grad dann schon welche. Ach so, oh. Wie viel hattest du? Bestimmt schon vier. Ups. Was? Oh, Achtung. Da ist ein Bot. Oh, den können wir hacken. Den können wir nicht. Doch können wir hacken. Oh nice. Oh, will das einer von euch machen? Ja, ich hack wieder. Hackerman. Was muss ich machen? Äh, du musst die Sachen drücken einfach. Hab ich. Äh, da ist noch Nitra. Hab ich. Hab ich. You can take it. Hab ich. Take it. Till you fake it. Ja. Na, ist das jetzt dein Buddy, Freya? Echt jetzt? Nee, oder? Doch, ist dein Buddy, aber der nur für diese Mission. Guck mal, Tim, Plattform. Hier. Ja. Ja. Überher. Hier hat man immer neun. Da ist immer noch eine. Da ist immer noch eine. Da auch kann ich abbauen. Wo denn? Ja, das ist aber... Das kann ich aber. Das ist kein Nitra. Das ist Zucker. Ach so, ja. Hab ich auch gesagt. Ja. Ja. Ach so, aber wofür? Nein. Ich darf den Nitra. Dann mit... Ist halt meins, ne? Ach so, du darfst den Nitra. Okay. Die Nitra leuchtet nicht so sehr. Das hier ist zum Beispiel Nitra. Da kann ich ne Plattform gebrauchen. Und hier kann ich auch noch eine gebrauchen. Ich hab eingeschossen. Also ich war es nicht. Seid ihr ready? Nee. Hier bitte Plattform, Tim. Braucht ihr noch ne Plattform. Und hier bitte aus. Plattform! Soll ich dann auch nicht hacken? Ja, noch nicht, weil... Ja, noch nicht, genau. Sonst kommen ganz viele Viecher. Ja. Und hier auch noch andere Seite, ne? Hier. Oh, das ist unser. Ja, das ist meine. Oh, auf der Plattform kann ich nicht landen, Tim. Die musst du noch mal machen. Nee, nicht diese. Die andere. Nitra. Die heil ich nicht noch mal. Ähm, mit dem roten Zucker. Das ist der Leuchten... Aber ich hab dich da nicht geheilt mit, obwohl ich das genommen habe. Das musst du abhacken. Hab ich ja schon. Und es war das. Eigentlich... Eigentlich musst du das heilen. Und ich hab wirklich kein Leben mehr. Also wirklich K. Kein Leben mehr. Guck mir mal... Guck mir mal bitte auch meine Lebensanzeige an. Ah, jetzt ist was. Guck mal, auf dem Boden ist noch was. Auf der anderen Seite. Hier. Yes. Hier. Hier ist noch Heilung. Ähm... Ich, ich rette dich. Das war wohl ein bisschen zu tief. Bitte sehr. Hier. Hier. Hier, wo ich hüpfe. Hier ist noch was. Danke schön. Und hier, Anna. Danke schön. Wenn du mir hier eine Plattform hinmachst, Tim, kann ich hier noch was hacken und runterschmeißen. Ja, aber das geht jetzt. Für mich. Du musst uns fast ein bisschen weit oben haben, okay. Ah, Träumchen. Ich hoff das passt so. Ja, bisschen schwierig tatsächlich. Aber geht. Okay. Ja, damit musst du leben. Es ist wirklich schwer auf den Dingern manchmal zu landen, weil es halt Überhang ist. Und dann bist du mal runtergeschmissen und ich krieg ja genauso viel Fallschaden wie all die anderen. Okay, I'm ready. Wir können von meiner Seite aus hacken. Was sagt ihr? Stolz verhacken. Also Rock'n Stone. Rock'n Stone. Rock'n Stone. Rock'n Hack. Rock'n Stone. Und Supply, Lolo. Wo ist meine Maschkine? Ups. Okay, hier ist ein Loch. Das ist ja gemein. Ja, das hab ich. Und nein, das hab ich. Hatte ich gepudelt. Okay, ich bin gerade gestorben. Fast. Jetzt war ich... Ah, das ist ja meiner. Ich hätte auch mein Loch gewesen sein. Ich hab auch irgendwas gefragt. Nein! Das ist aber ein gemeines Loch hier. Das ist ein richtig gemeines Loch. Ach das? Ja. Das war ich. Was? Das war richtig gemein. Ey, das ist bei den Dingen da. Was passiert? We got bogeys on the Hagging Dron. Ey, und der ist am Hacken, ne? Puh. 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 Puh, pp, pp, pp. ich glaub die wollen nicht gehackt werden ich weiß nicht äh von wem ist dieses ding hier die granate das ist ein taunter also die greifen dann das viel an und nicht uns macht aber keinen schaden leider doch wenn es explodiert am ende schon recht okay ich dachte was macht kein tag ist okay war ja du brauchst noch den supply lulu oder hast du das schon genommen nein habe ich noch nicht nimm das mal ich habe mich aber zu der anderen transport kapel versorgungskapsel aber wir haben doch jetzt alle ja ich habe die andere aber noch nicht genommen ach so ach so wie komme ich jetzt an wäschen runter ohne zu sperren oh mein gott hilfe ich wäre fast mit spring auf den patrouillen bot wir machen das einfach so hier solltet ihr eigentlich irgendwie hinkommen können da ist gold ja ich brauche eine plattform ich weiß auf jeden fall voll ach ok mein stream geht's schon los weiß ich nicht schmelt ab nein ähm heute ihr könnt mich hören oder ja gut weil ich habe nämlich gerade lexer mein stream schmiert nämlich dauerhaft ab also von daher und auch im spiel hatte ich gerade lex aber leider qualitätsstream ist das ein qualitätsstream das ist gut ja das äh plattform habe ich das q in weep geschickt für qualität genau das q in wildwatch steht für qualität so von voraus plattform plattform tim plattform hier ich würde mal ein paar versorgungskapseln glaube ich besorgen ja nitra also es war beabsichtigt das noch nicht ja wir bereiten uns gerade vor mit nitra also ich sammle gerade ganz viel dass wir viele versorgungskapseln haben weil ähm soll ich noch eine holen ja ist nicht verkehrt ja ich würde vielleicht ein bisschen verteilen ja ja dann hol dann mach ich mal eine hier dann mach ich eine hier ja mhm guck mal guck mal k ich habe auch mal aus so und die letzte kann wir ja nochmal spontan machen okay ja schalte das kraftfest also soll ich das jetzt reparieren oder du machst das ähm darf ich das dann reparieren Kannst du machen. Sind alle bereit? Das meine ich ja. Ich mache Licht. Alle nochmal nachladen? Ja. Ja, das ist nachgelaufen. Dann los. Jetzt ist irgendwas passiert. Ähm. Und jetzt? Was passiert jetzt? Weiß ich nicht. Ähm, nichts Gutes, wie es scheint. Ah, Elektrizität. Ja, hui. Es brüllt. Es ist wütend. Der Aufseher. Ah. Ah, ja, I remember. Ah. Hey, ihr müsst in die Augen schießen, da. Hey, es ist, es heisst mich. Mhm. So, in die Augen, da. Äh, in diese Ecken auch. In diese... Dingenskichenecken. Ja. Die Arme halt, ja. Nee, nicht die Arme, ich meine die Ecken. Die Ecken von diesem... Ja, 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 das ist das auch. Du brauchst die Arme. Kann ich sehr gut. Mit deiner kleinen Pistole? Nee. Mit einer Maschine. Aber weißt du auch, ne? Das kann, glaube ich, overheaten dein Ding, oder? Oh. Echter. Alter, der ist pisst, ne? Eipa. Oh, Achtung, jetzt sind hier noch solche Drohndinge. Okay. Und jetzt sind's auch dritten, oder? Au. Who's the mean, mean Killing Machine now, sagt mein Zwerg. The mean, mean Killing Machine. Äh, bock, bock, bock. Oh, kann die gehackt werden? Ähm, nee, schade. Hier auf der Plattform ist Strom, da muss man aufpassen. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Au. Au, 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 ja. Also nicht auf die Plattform gehen. Okay. Aha, okay. Das ist nämlich dann auch eine mean, mean Killing Machine. Ja. Oh, das Auge, das Auge hinten ist offen. Und die bösen Arme. Nee. Au. Au, 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 au. Hört ich dir gut auf, ich bin der Andreas. Ah, du spielst auch D-Brock. Ja, ich muss mal gleich das Strom. Es tut mir leid, ey, ich bin gerade hier, hart am Kämpfen. Ich kann gleich jetzt lesen, okay? Ja, ja. Wir haben das seit sehr lange Zeit wieder angefangen. Und diese Mission ist neu. Ist vielleicht besser. Ey, ich schieße auf die Ärmchen. Mach das. Autschi. Okay, nix passiert. Tipp, nur Verzwangungskapseln holen, wenn sie es wirklich braucht. Äh, durch die Verzwangung der Hülle. Und wenn ihr tiefer drin seid, kann es lange dann. Achso, ja, das wissen wir ja. Aber wir wussten ja, dass wir gegen dieses Fieler kämpfen müssen. Deswegen macht das schon Sinn, da mehrere zu haben. Okay. Äh, wenn ich mal leer ist, kann ich... Ja, ja, das ist schon gemein. Das ist schon gemein. Und hi, wie lange spielst du schon? Deep Rock Galactic. Ja, scheiße. Ähm, schieße mal auf... Müssen wir eigentlich nur auf die Ecken schießen jetzt gerade, oder? Äh, ja. Uh, da ist so ein Laser, Lulu. Huch. Wir haben Märchen Drittel. Ja, das ist schon echt krass, ne? Wie viel Muni habt ihr noch? Ja, war das gestern aus der First? Ja. Au, au, au. Au! Krass ein Dazen. Oh nein. Ich glaube, ich habe keine Muni mehr auf meiner Pistole. Ah, okay, ich habe das Gefühl, umso... Scheiße, ich bin tot. Okay, die... Laser schießen durch die Resupplies. Au. Umso lower der ist, umso schneller fällt der Leben. Wir müssen die... Eine Muni? Sniper-Dinger abschießen. Ja, die sind fies, ne? Ja. Ups. Versuche ich. Okay. Okay, eins ist kaputt. Bin ich da hoch? Nee. Ähm, ja. Oh. Okay. Ich hole noch mal ein Supply-Dinger. Lebt ihr noch? Ey, da sind noch Supply-Dinger, ne? Hier ist ein volles. Ja, ja, aber wir haben hier noch. Wir haben hier nur noch Supply-Dinger. Deswegen haben wir von einem sich gern voll. Ja. Uh, da sind so Mini-Drohnen-Dinger. Au, au, au. Ich kann ja nie genug haben. Okay. Hm. Oh, alles XP jetzt. Ich glaube, die Schilde hier mag ich mit am wenigsten. Die sind richtig doof. Au. Also, ich glaube, am meisten gestorben ist die Freier. Ach, was? Das täuscht. Am meisten gestorben sind die Gegner Freier. Aber am meisten Munition von meiner Tati Freier auch. Das ist wahrscheinlich, ja. Anne, Auge ist wieder offen. Ja. Ja, 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 ja. Ist noch eins offen? Nee, nur eins. Nee, doch, hinten ist eins offen. Ah, okay. Ja, auf der anderen Seite. Yeah. Bin schon wieder gleich tot. Aua, ich auch. Der Freier ist auch gleich tot. Äh, ich schieße auf den Arm. Haben wir noch irgendwo Zucker? Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich selbst getötet. Oh, ich komme. What knows. Oh, fuck, fuck. Oh, ich bin so lockt. Ich weckse immer F und ich weckse immer meine Granate mit dem anderen Ding. Okay. Au, 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 au. Ich brauche mein Tau. Haben wir den getötet? Ja. Der ist tot. Ja, der ist tot. Ja, Rock and Stones, Leute. Rock and Stones. Das macht ganz big bum. Ah, Quatsch. Lässt ich nochmal einen Supply, Lulu. Ach, das macht doch big bum. Au. Hey. Das war mein Gesicht. Du bist fast tot. Hm. Seit fast einem Jahr. Ach, okay. Du bist auch ein bisschen weiter. Okay, ja gut. Nice. Huch, was war? Ja, was denn? Was ist da auf dem Goody Deckel hier drauf, oder was? Oh, ich bin auf dem Goody Deckel. Hallo, Leute. Warum das Ding weggeht? Das kann man jetzt Mully geben. Und jetzt? Ja, jetzt, ähm... Ich glaube, wir haben es geschafft. Rock and Stone. Geschafft. Das ist ne große SD-Karte. Ja, Träumchen. Ja, Träumchen! Geschafft, Mann! Rock'n' Stones, Leute, Rock'n' Stones. Welchen Knopf ist mit? Ja, ja, doch noch. Ähm, hier ist noch ne Transversorgungskapsel. Oh, ich brauch keine mehr. Ich brauch auch grad keine mehr. Wir haben so viele geholt, tatsächlich. Bodo-Caps haben wir, oder? Ja. Okay, nice. Hier geht's raus. Rock'n' Stones! Rock'n' F***ing Stones! Okay, ich mach mal Licht. Oh, da wär Gold gewesen. Plattform, Plattform. Ich brauch ganz schnell ne Plattform. Wo? Hier. Hä? Hier. Alter, da kann ich das Gold nicht einsammeln, du. Ja, das ist schon besser. Das ist gut. Dankeschön. Übertreib nicht, falls wir nochmal Gold finden. Sonst hast du gleich keine Muni mehr. Ach doch, fast schon. Nein! Gold, Gold, Gold. Ich geh dann auf meine Kappe. Auf deine Bulu-Kappe? Genau. Der war gut, oder? Der war ziemlich gut. Das weiß er nicht. Der war ziemlich gut. Das wissen wir alle. Okay. Wissen wir das wirklich alle? Besser als deine auf jeden Fall. Besser als deine auf jeden Fall. Äh, ich hab nicht mal Witz gemacht grad. Das ist sehr schlau von dir. Hast du's eingelassen, oder was? Deine Qualitätswitze raus zu posaren. Na ja, also... Warte, ich hab Gold noch reingeworfen. Okay, Leute. Sind wir soweit? Okay. Ah! Oh, Jim! Du standst ja genau auf meinem... Auf deiner Granate? Sicherungssprengsatz. Sicherungssprengsatz. Okay, ich komme. Und alle Granaten rauswerfen? Nice. Rock'n'Stone, Leute. Wenn man nur eine reingeschmiert reinschmeißen konnte. Einmal alle tot. Das ist schon mal passiert. Wirklich. Wir haben voll die schwere Mission gemacht. Und am Ende... Ich weiß nicht mehr, wie das war. Irgendwann hat in die Kabine dann eine Granate geworfen. Wir sind alle gestorben und haben die Mission nicht erfüllt. Das war richtig gemein. So eine ganz lange war das. Das war echt traurig. Damals. Stimmt ihr noch für die Sticker ab? Welche Sticker ich drucken soll? Ich hab auf Instagram... Da mal. Was bedeuten die Ausrufezeichen darunter? Ich hab schon weitergeklickt. Ich weiß nicht, welche du meinst. Ich hab nämlich nicht gesehen. Im gelben Dreieck mit schwarzem Ausrufezeichen. Wie viel von denen kannst du drucken? Äh, entschuldige. Vier. Vier Sticker. Also fünf hab ich, glaub ich, zur Auswahl. Von vier kann ich drucken. Also einfach deine Favoriten oder so. Also nimm mal vierer Packs und ich weiß nicht... Ich kann mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Ich find alle ziemlich cool. Und wo soll ich abstimmen? Äh, Instagram. Ja, wo und wo? Wenn sie wollen. Auf dem Post oder wo? Ja, genau richtig. Muss ich den dann kommentieren? Du kannst ihn auch einfach mir mit Licht sagen, wenn du möchtest. Nur welche gefallen euch am besten. Weil dann würde ich halt den, der am wenigsten Stimmen bekommen hat, nicht drucken. So. Okay, dann würde ich sagen, der mit blutigem Auge ist gut. Der mit, ähm, der Wisi, mit dem, mit der... Der angepisste. Yes. Dann dieser etwas verstörende Stern. Ja. Und, äh, I'm not your mom. Ah, okay. Also diese Lippen da eher nicht. Yes, yes. Okay. Okay. Jetzt hab ich eins und drei. Drei und zwei und fünf. Okay. Dann guck ich mal. So, Rock and Stones, Leute. Rock and Stones. Ja, ich glaub. Ich hab dem grad Trinkgeld gegeben. Was kriegt man denn beim Trinkgeld? Ja, nix. Ich wette, wenn du genug gespendet hast, irgendwann eine Errungenschaft oder so. Gut. Dann fang ich mal an. 37.000. Würde ich dir sehr hart nicht empfehlen. Weil du kannst nämlich Skins mit deinem Geld kaufen. Nice. Richtig. Geile Skins. Es gibt den Anwalt. Hast du gehört? Als Skinfreier. Komm mal mit. Es gibt den Anwalt. Hallo? Hier. Aber ich wollt Geld. Ja. Aber da sind sie, da ist nichts Schönes. Anwalt. Einspruch. Ich schmeiß das ganze Geld einfach grad raus. Ja, also am meisten Geld werdet ihr wahrscheinlich hier bei der Schmiede verbrauchen. Weil irgendwann machen wir die Tiefenexpedition. Die Tiefenexpeditionen sind wirklich schwer. Also ohne Witz. Das ist mindestens Stufe 4 und da ist immer irgendein Scheiße so. Aber man kriegt unglaublich seltene Belohnungen. Und zwar kann man damit besondere Augmente bauen und ganz seltene Skins. Und die kriegt man hier in der Schmiede. Und das kostet enorm viel Geld. Wie viel kostet denn sowas? Äh, weiß ich nicht mehr. Ich kann leider nicht drauf zugreifen. Ich weiß nur, ich war arm und musste extra Gold-Missionen machen dafür, dass ich das Geld bekomme. Also ich hab hier zum Beispiel nen Zopf, der kostet 7200. Und dann hab ich aber auch nen Bart, der kostet 21.000. Das ist nur ein Skin. Ja, easy. Die Waffen kosten teilweise noch mehr. Hast du schon? Kann man sich Skins kaufen? Ey, wir müssen dafür Tiefenexpedition machen. Die Tiefenexpedition... Die Skins kaufen kann man sich im Laden auch. Achso, die Skins kaufen kann man im Laden. Aber diese Expedition von denen ich spreche, die sind hier. Aber die kann man noch nicht am Anfang machen. Aber die sind wirklich schwer. Ja, da musst du ins Handbuch schauen. Da müssen wir ein Viererteam auf jeden Fall sein. Wo ist der Laden? Und quasi, ähm... Also Tiefenexpedition weiß ich noch. Es besteht aus drei Ebenen. Also du kommst nicht mehr zurück, sondern du tauchst immer tiefer. Das heißt, das Nitra, was du in der ersten Mission hast, nimmst du damit in die zweite. Und auch die Munition und das Leben. Genau, und auch die Munition. Das heißt, wenn du alles schon in der ersten Mission verwendet hast und keinen Nitron mehr hast, dann hast du keine Munition mehr für die zweite Mission und so. Das ist schon echt hart. Also da darf man nicht verschwenderisch sein, sondern muss immer sehr fleißig das Nitro sammeln. Und dann sind da noch extra Sachen wie, ihr habt kein CO2. Oder was weiß ich? O2? Ja, stimmt, genau. Ihr habt kein O2. So, kein Sauerstoff. Und ihr dürft nur bei Molly bleiben. Also ihr kriegt nur bei der Molly Luft. Das ist ziemlich... Und dann haltet ihr halt die Luft an und müsst immer schnell wieder zurück. Oder es gibt die Explosionsgefahr. Da sind ganz, ganz viele Explosionsviecher dort. Das ist generell... Und es gibt auch so ein legendäres Explosionsvieh. Das haben wir ja selten mal gesehen. Das war so ein riesen Ding. Boah, das ist richtig geil. Wenn das explodiert, ist alles Gold. Alles. Ah ja, das hat ja auch schon. Das ist richtig nice, ja. Ja. Das ist richtig. Für tief in der Explosion müssen alle Zwecke wenigstens einmal aufgewertet sein. Ja, das weiß ich. Das stimmt, da sind die beiden noch nicht so weit. Die haben frisch angefangen. Ähm, das ist noch keine Matris für die Schmiede mehr. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hab nur mal reingeguckt, ob man noch irgendwas sehen kann. Boah, da bin ich so arm geworden an der Schmiede. Ich hab noch nicht viele gemacht, tatsächlich.